Also zwar, ach da ist ein Wald, da könnte ja ein Schild drin sein. Mit der Einstellung wird es halt ewig dauern und klar, es gibt Besucher, aber ich finde es für den Let's Play ein bisschen ein unpraktisches Ding, machen wir das so. Deswegen steigen wir dadurch noch ein paar Level ab, das kann auch nicht schaden. Deswegen gibt es Re-Spins, oh seht ihr, ist was Positives. Ähm, ich gucke mal, was nehmen wir denn mal für für... Oh, die sehen ja immer so schlecht aus auf dem, ne?